Er verschwand im Vietnam. Mein Vater war da. Ich wäre tot. Er hat ganz so scheiße den Kachchenkuh ihm angetan. Die Zahl. Er ist noch ständig in seinem Kopf. Er hatte keine Ahnung, was er hier an war. Wie denn auch? Kachchenkuh, einen elenden Bastard aufzuschließen. Er hat uns alle gerettet. Er wacht zuerst auf. Warum? Willkommen im Hanoi, Helden. Halbes Jahr später schafften sie mich noch danach. Gegen den Scheißraum war das Helden echt gut. Meine Gruppe hat 17 verloren. Und 72 war nur noch ich übrig. Ich wollte nicht in einem Scheiß-Sumpf sterben. Ich ehre mich jetzt im Konvoi! Schöne Landschaft. Oh oh. Eine Rakete. Oh fuck! Mayday! Mayday! Wir müssen landen! Oh man! Scheiße! Friss mein Messer! Kollege! Haha! Ha! Friss meine Kugeln! Okay! Macht sie nieder! Ha! Headshot! Oh oh! So, okay. Interaktion. Uh, cool. Was ist wohl in dieser Kiste? Ein Anzug. Oh, cool. Deckung! Haha! Na dann! Los geht's! Bum bum! Wow! Cool Explosionen! Haha! Mäzenide! Wow! Zack! Und weggebombt! Haha! Haha! Komm schon! Den schaffen wir auch noch! Na komm! Komm näher du kleiner Fassager! Haha! Okay! Es kommen immer noch welche! Mist! Da komm ich grad nicht hin! Das machen wir auch so! Na los! Sorry! Kollege! Na los! Komm doch her! Fuck! Die entern uns! Das geht ja gar nicht! Zack! Zwei auf einmal! Zwei mit einem Streich! Scheiße! Die wollen uns auch schon wieder ändern! Das könnt ihr vergessen! Ihr kleinen Halunken! So! Jetzt nehmen wir doch mal hier einen schönen Raketenwerfer! Und dann könnt ihr jetzt schon mal Hasta la vista sagen! Hey! Ohne mich! Toll! Wo sind sie denn? Du willst Tschüssi! Zu deiner Mutter sagen! Na dann! Los! Oh oh! Wo sind sie denn? Mist! Da hochkommen wir nicht! Oh! Dort sind sie! Jetzt gibt's Krieg! Jetzt gibt's Krieg! Meine Freunde! Das ist das letzte Kanonboot! Ha! Hey Mason! Wir sind sicher! Okay! Mach den Container auf! Oder! Welchen Container meinst du? Den hier? Okay! Hilf mir mal Mason! Na ja! Na ja! Ich helf dir! Ähm! Gewalte Power hier! Wow! Oh mein Gott! Na lecker! Oh mein Gott! Was macht man da? Das sieht gar nicht gut aus! Hier ist irgendwas schief gegangen! Oh nein! Frank! Sag was! Ich bin's! Mason! Was haben die mit ihm gemacht, Hudson? Na prima! Wir müssen ihn retten! Fuck! Wir müssen hier weg! Sonst gehen wir hier unter! Shit! Fuck! Ja ja! Mach ich! Sag tschüssi Helikopter! Oh man! Okay! Damit muss ich erstmal lernen, umzugehen! Warte! Wo ist er? Wo ist er? Ah! Komm doch her! Zack! Ah! Mist! Schon wieder daneben! Okay! Aber jetzt! Zack! Ah! Oh man! Das war nicht gut! Okay! Na dann nehmen wir doch gleich nochmal eine! So! Und tschüssi! Tschüssi! Kowski! Ey man! Ich treff nicht! Tschüssi Kowski! Ach Mist! Was ist denn das hier? Für ein Kack! So naja dann! Ab geht die Luzi! Jetzt! Hahaha! Und gleich nochmal! So! Ich bin nicht hier der Profi-Gamer! Und deswegen sagt Tschüssi Kowski! Bäm! Oh man! Das gibt's nicht! Dann friss meine andere Rakete! Oder auch nicht! Friss meine Rakete! Oh! Ach das gibt's doch nicht! Kann ich nicht zielen oder was? Wisst ihr was? Dann nehme ich nochmal die andere! Habe ich keine Muni mehr! Jetzt schon! So! Komm! Der Profi-Gamer will ja nochmal richtig zeigen wie es lang geht! So! Jetzt! Sack! Tschüssi Kowski! Bäm! Alter ich treff mit dem Ding nicht! Das ist zu moderne Technik für mich! Jetzt! Mist! Das gibt's nicht! Komm schon! Ein Schuss! Ein Treffer! Ja! Sehr schön! Nach dem hundertsten Versuch! Nein! Fuck! Oh man! Scheiße! Hol ihn dir! Es sieht nicht mehr gut aus! Wir müssen uns beilen! Oh man! Das war ne Schlacht! So! Erstmal 1000 Raketen verballert! Aber okay! Okay! Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier! Ach was soll's! Wir müssen los! Komm schon! Du kommst mit! Wir müssen durch den Dschungel fliehen! Na prima! Komm schon Wutz! Ich helf dir! Oh man! Ich hab dich Bruder! Komm! Wir retten dich! So! Oh oh! Die Antenne bedeutet sie haben ein Funkgerät! Oh! Wir müssen uns auf dem Biome-Evakuierung wecken! Das ist gut! Oh oh! Feindliche Wachen! Moment! Die müssen wir vorher eliminieren! Los! Legt erst mal ins Gras! Runter mit dir! Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Halt den Mund! Ach du Scheiße! Kinder! Was machst du? Dummes Kind! Alter Schwede! Was machen die da? Der schlägt die Kinder! So ein Arsch! Den machen wir als erstes nieder! Hahaha! Oh oh! Die Sirene! Gehen wir! So komm! Weiter geht's! So! Dann duck dich erst mal! Und wie du hustest! Hustest! Wie du hustest! Noch einmal ey! Auf mein Zeichen! Dann gehen wir zur Holzhütte! Kein Mucks von dir! Jetzt! Und los! Renn um dein Leben! Komm schon! Ein bisschen mehr Speed! Los! 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 Komm schon! Die kleinen Pisser dürfen uns nicht entdecken! Noch mehr Patrouillen! Na prima! Ich seh hier fast nix! Wo bist du denn? Ach dort! Oh oh! Dort ist einer! Siehst du den Penner? Die gucken dir genau an! Scheiße! Die Kinder! Fuck! Okay. Okay. Dann mach dich erst mal runter. Die blöden Kinder dürfen uns nicht entdecken. Guck dir genau an! Den mach mal nieder! Aber sowas von! Oh oh! Die haben Hunde! Warte! Warte auf mich! Ich bin nicht der Schnellste! Okay. Dann docken wir uns mal wieder. Oh oh! Dort ist einer! Steht dann! So ein kleiner Penner! Aber der wird uns nicht hören. Halt die Frosse! Sie sind direkt vor uns! Scheiße! Kein Mux! Okay. Es geht los. Raus aus dem Gras. Okay. Und jetzt rennen! 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 Renn um dein Leben! Aua. So. Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Wurz. Na gut. So. Haben wir denn noch eine andere Waffe? Mal schauen. Ne. Anscheinend nicht. Alles belegt. Na klasse. Upsi. Hörst da oben auf Däch auf. Bloß keine Aufmerksamkeit. Stirbt! Fuck you! Hu! Na gut. Dann müssen wir alleine alles regeln. So. Dann knacken wir erstmal das Teil hier. Tü-tü-tüt. Kling! Klong! Geöffnet. Oh. Das... Das Messer wäre natürlich noch besser gewesen. Na gut. Oh. Und ein gutes Scharfschützengewehr. Ist noch besser. Sehr schön. So. Okay. Jetzt haben wir einen Raketenwerfer. Und ein Scharfschützengewehr. Und so eine komische Falle. Eine Bärenfalle. Okay. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist doch mein Spezialgebiet. Oh oh. Bloß rein hier. Na gut. Ey, du da. Geburtstag. Alles Gute. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Fugio an. Oh oh. Du wirst mich töten? Ja. Der will nicht kooperieren. Niemand bewegt sich oder der Wichser stirbt. Americano le está diciendo que no se mueva. Maul halt. Ich bin nicht dein Genosse. Pero él no es. Sag der Maul halten. Die Waffen runter. Ich schwöre bei Gott. Ich töte diesen Pastor. Die Amerikaner wissen nichts über die Realität. Oh oh. Die blöden Kinder sind auch da. Deberíamos demonstrieren. Oh oh. Fuck you. Oh oh. Was machen die denn? Na klasse. Ho ho. Headshot. Wow. Bloß weg hier. Evakuierung. Schnell. Rennt um euer Leben. Die Kinder haben eh hinter uns. Fuck ey. Die scheiß Kinder haben uns entdeckt. Ach. Wir haben nicht mehr Zeit. Ich muss sie so niedermähen. Tut mir leid. Fuck ey. Ich gebe Deckung. Aber es kommen immer mehr. Und ich habe nicht genug Muni. Scheiße. Das wird schwierig. Wir müssen los hat's. Rauch einsetzen. Komm schon. Nimm deine Rauchgranate. Schnapp dir Wunsch. Fuck. Da ist einer. Zack. Weg gemessert. Ich brauche deine Waffe. Gib mir deine AK. Zack. Kommt schon. Ihr seid auch nichts. Ich mache euch alle nieder. Ich mache euch alle platt. Hahaha. Zack. Los jetzt. Weg hier. Komm schon. Ich habe euch schon mal ein bisschen Vorsprung verschafft. Dort hinten ist ein Boot. Kommt doch nur näher. Ach. Die sind doch nichts. Mann. Los jetzt. Dort hinten gibt es ein Boot. Aber wir müssen jetzt erstmal hier verteidigen. Kommt doch nur her. Ihr kleinen Verlierer. Ihr seid nichts. Im Vergleich zu mir. Hahaha. Wir müssen jetzt den Blut schaffen. So. Fuck ey. Wir müssen hier dringend mal so ein paar Fallen hinstellen. Fuck. Weg hier jetzt. Komm schon. Komm schon. Ich halte sie auf. Irgendwie. Aber nicht lange. Komm schon. Rennen. 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 Fuck. Entwack. Ha. Deckung. Hier gibt es Money. Sehr schön. Und weiter geht's. So. Ich nähe. Ich meddy erstmal nieder. Zack. Das sind noch nicht zu viele. Die sind ein Kinderspiel für mich. So. Zack. Bäm. Voll in den Rücken. Scheiße. Wir müssen den Mörs ausschalten. Sonst schaffen wir es nicht weit. Granate. Bäm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Bäm. Los jetzt. Wir müssen weiter. Hab ich doch schon von erzählt. Also los. Ich stell noch ein paar Fallen auf. Mal sehen, ob sie reintreten. Steckung. Komm schon. Komm schon. Wir retten dich. Noch ein Stück. Fuck. Keinen kommen. Nicht mit uns. Die machen wir doch nieder. Ha ha ha. Ah, das ist doch unser Freund. Ha ha ha. Los, rein jetzt hier. Sehr schön. Juhu. Yeah. Fuck. Was bist du denn für ein Atze. Wow. Ha. Der ist ja mal cool drauf. Komm schon. Sei nicht eingeschnappt. Ihr könnt mich nicht töten. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. So. Wir haben Freundschaft. Ja. Patronia. Er ist genau wie du, Kleiner. Und damit hätten wir die erste Mission erfolgreich absolviert. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann heißt es Celerium 2025. 25. Ha ha ha.